so leute euch tobi wieder hier am start und herzlich willkommen zurück bei minecraft die first evolution dabei sind diesmal wieder der christian und der 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 tiger ist richtig der tiger ist dabei ja auch genannt hallo heil oder hier weiß ich nicht ist eine berechtigte frage alter hier ist lab ist ich doch ein wie es noch geht aber ich habe nichts ich habe kein denkst hier war eine trennwand die ist ja geil hier ist ein stollen in holzstollen oder ich hoffe dass es ein holzstollen ist so ich sei denn irgend so ein spinner hat da jetzt holz hingesetzt um mich damit zur verwirrung ich baue mir jetzt fast eine base hier unten könnten sagen ja mache ich auch noch ich baue irgendwann so eine art an der cover bay genau so was warum ist die graf in der höhle so richtig an der cover so ne weiß ich habe hier unten jetzt eine kiste berg bench weil da ich bin gerade neben den großen lavasee und deshalb wenn ich nur mit dings rum und mit koppels mich gerade irgendwie rüber zu bauen und die verkackte fledermaus brennt in der luft warum nicht ich hätte gerne diesen dynamic lightning mod um hier durch diesen stollen gehen zu können ohne dass ich die ganze zeit scheiß fackeln setzen muss aber irgendwie kriegte nicht installiert vielleicht unter den kraften terminal fertig ich bin ich habe dieses doofe gefühl dass ich bald in lava ende ich habe auch das gefühl dass wenn ich jetzt hier meine höhle runter geht als direkt sterbe ja ich bin ich habe auch das gefühl dass ich sterbe ich bin halt genau neben laser hier ist es bin es borne scheiße man so ein mit ganz schön kisten drumherum oder was nee nee so sollen in den ganzen schwimmen leben in der cave ja genau habt ihr weiter gemacht ohne aufnahme nein haben wir nicht machen ich bin ich den aufnahme lang gelaufen aber ich habe ich sterbe ich sterbe sterbe ich verschwinde von hier wieso was ist los ja hier ist dieser scheiß cave spider spawner und ich will nicht sterben wenn mein leben auch nicht wieder richard lacht sich aus warum er stört ich bin es der tigerfisch und ich bin der tobi der in jan eure stimmen sind so ähnlich ja kann sein möglicherweise ja wir sind ja auch brüder wir sind eine eigene zwillinge echt wirklich wir sehen genau gleich aus ja ja obwohl ich habe ich habe die schönheit abgekriegt und du den rest ja ich bin heute schlau nein nein das gilt nicht darüber hat niemand gesprochen ich mag meine playlist die ist voll geil mann verschiedenes von kaste beat circle of alchemist ich habe nicht meine playlist dann noch so ein bisschen was von wie heißt das papa fjord musik aber nur 1 1 oder 2 tracks und noch denkt dran nicht aber wird zu nehmen warum er ist die 10 mit die 10 posten musste den nehmen vor dem ist das denn ach so ich dachte so sein led das so heißt nee habe ich nicht dran nein ich habe nicht das lied oder was ungespielen hat benutzt wie zum beispiel das intro von ungespielt hat auch von overwork das intro von ich bin immer noch hier unten und ich finde den ausgang nicht mehr schlecht wie bin ich denn hier reingekommen ganz einfach durch den eingang ja aber durch welchen weiß ich wo du bist oder ein ich weiß ja ich möchte eigentlich wissen wo ich hier reingekommen bin ich meine dass ich hier in der ecke war aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich war doch hier oder nicht oder war ich da hinten wird eigentlich noch in unserem team eigentlich war ich war hier wahrscheinlich ich habe der freundin das ganze team durch geht dafür vorgelesen ja nicht weil ich war hier glaube ich ich muss jetzt überall so schilder aufstellen mit tobi war hier ok es wäre mich so die ganze map voll vorgelesen unsere team sind tobi kris luka der sich immer noch nicht verblicken lassen und der lukas der leber der wo ist der denn alter mit welcher da ein wenn er von dem auftritt wir spoilern den dann übel tschön wir spoilern ja wir spoilern den aber warum denn wenn er die wenn er da muss ich ja die wir das nicht angucken an der erste und so wieso warum er warum wenn es eine erste folge ist seht ihr ja möglichst früh hoch und da hast du ja schon sozusagen eine dritte folge mit aufgenommen und ja dann wird er seine hohe bevor du seine hohe wird weil du noch zwei weite rohmer oder so ach ich weiß ich schon wieder vergessen da kann ja in das projekt einsteigen wann er will ich kann immer wieder nachgucken weil ich bin aber das muss meinen meinen shader in dem in den roto place der sieht richtig geil aus der shader das muss man echt mal sagen ich spiel mit default einfach der roto place trader der sieht richtig geil aus aber irgendwie sieht das wasser bei dem total verkackt aus darum schneidet die voll gut aus ja aber ich habe da so diese wenn das wasser der sich an sich das sieht gut aus aber dass da das nur einzelne felder bei mir so einzelne so felder preis ist egal bei welchem texter weg als er an das der gott das dort ex-fan war dran da muss man eine grafik anstellung umstellen morgen lassen was der frage werden ja warum nicht doch nicht da lasst uns zu ansiedswerden oh ja nicht leute so antigen ist wutsch schaaklin komm mal bitte nach hause schätzelein komm mal nach hause ähm was passiert eigentlich wenn man zu viele folgen hochlädt also mehr als sieben ja ich bezweifel dass das machen will bezweifel dass du das machen willst also wenn du das denken wenn du mehr als sieben hochlädt dann keine ahnung bis ich noch mal mit adrian besprechen was dann ist aber dann vielleicht also dass da was schlimmes passiert glaube ich nicht hier von spoilern kann man ja eigentlich nicht reden weil ich ja denn äh ihr nur von mir zeigt irgendwie weil man euch hier gar nicht sieht mich sieht man nur nicht ihr seid ja die ganze Zeit in eurer Höhle ich ja stimmt eigentlich ist es gerade Single Let's Play Together Single Let's Play Together wir haben wir letztes Mal von dem Thema ja lass uns ein Single Let's Play Together machen wer macht mit ich habe jetzt mal das Specs Specs oder wurde immer ausgesprochene Textrapeck Specs weil ich mag das eigentlich ich suche nämlich schon immer nach einem Textrapeck was irgendwie so ein bisschen diesen Hol dir doch das neue Specs was komplett neu ist dieses Grundige also Specs und Smooth ja ich möchte kein realistisches das ist nicht realistisch es ist nur Smooth Smooth nein will ich nicht ich will jetzt einfach was zu essen haben ich habe nochmal zwei Diamanten gefunden ey ich vermehre mal ganz kurz Pissy Pisser Pupsi und Piss Gestalt zu Kackaufen nein ich bin falsch gelaufen wie heißt der nächste dann? äh Code Embryo warum nicht Kackaufen? hallo weil er jetzt so heißt ganz einfach das ist ein jugendfreies Let's Play dann Code ähm Code ist ja Code ist ja ein ein das darf man sagen das darf man sagen das habe ich gegoogelt ähm jetzt wissen wir was du immer machst äh ich kann dir jemanden zeigen der jedes Wort Google ist aber schon Google gegoogelt habe ich auch schon gemacht aber ich mache das jeden Tag weil äh ich Google bei Chrome immer Google weil ich zu faul bin Google einzugeben ja ja ich gebe dir Übersetzer ein mein Betz sieht irgendwie voll verkrüppelt aus von der Seite ne? ja ja das sieht irgendwie scheiße aus von der Seite ne? von der Seite 1.7 in jedem Techler Pack ach scheiß drauf du kannst nur nachts schlafen will ich aber nicht ne ja man kann auch tagsüber auch schlafen in real life ja aber ey Tiger Fisch weiß was wir noch bauen müssen das ist jetzt haben wir schon fest da habe ich ein Aquarium für durch Badum nein nein der Tiger Fisch der kriegt kein Aquarium das ist ein das ist ein freilebender Fisch ne wir bauen uns eine wir bauen uns einen Papp mit einem der Stripsstange und jeder der daran strippen möchte muss eine rosa Lederrüstung tragen und die kann er sich die ich liebe oder die zieht er dann so langsam aus und die anderen die werfen dann immer den so mit Erde oder so ab so sieht aus die Münzen nein mit Erde ja dann hole ich noch jemand aus dem Server wo einen weiblichen Skin hat der nur für das zuständig ist da kannst du dir ganz einfach runterladen bei äh Skindex oder so nein Skinendon habe ich keinen Bock ja genau wir haben soll ja das gehen dass du nur ein Mädchen gewicht hast da rätst du nochmal ja stell dir mal ein Mädchen kopf auf meinen Skin vor ich würde da keinen Unterschied sehen hat der Schnauze ne mal im Ernst getricks den perfekten Pulli ich habe einen Minenschacht ja aber von der Körperhaut vor so ganzer weise Lilla Minecraft Kopf weil das nur so Mädchen so ne also ich habe auch äh die die meinte diesen Minenschacht den ich da eben gefunden habe oder anderen neun keine Ahnung hier ist noch ne Kiste ich guck mal ja guck mal da rein wahrscheinlich gesagt der gleiche weil wer nahe aneinander gefahren ich hör Spinnen ja dann kann das sein da wo ich war also erzählt zu finden ich suche Essen in der Höhle nein wagen ich bin draußen oh geil 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 ich muss dringend nach oben meine Sachen sichern bitte wissen wo du Essen findest ich muss meine Sachen sichern immer momentan das ist schön ich bringe wieder ich will keine Hühnchen wieder mitbringen nein ich hatte mir gerade noch ein Herz eingefahren in der Spitze gab und kann Lappes Lazzoli ja super was soll ich damit Lappes Lazzoli klingt wie eine Geschlechtskrankheit weite wieder weil sie Lappes Lazzoli ausspricht nein Lappes Lazzoli Lappes Lazzoli nur wenn der das sagt kriegen wir alle mal gelacht Jünger du bist ein Huhnmann komm jetzt mit Lazzoli 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 Dreckige Hühnchen Mann jetzt kommen Lappes Lazzoli es ist voll Ätzen wenn du irgendwelche Viecher mit nach Hause bringen willst ne da dauert so Jahre das ist voll schlimm ich hoffe ihr folgt mir ja ihr folgt mir tu ich ja nein komm jetzt mit die zwei fehlen für mich los du trägst wie jetzt solche scheiße ich eigentlich bräuchten wir alleine mit denen wir die vier nach hause bringen weil ich will die drogen für unser land holen ja drogen sind unsere tinten fische diese kinder die so behindert man werde ich diese kai ausgedacht jetzt kommen ich weiß schon wie ich diese nächsten folgen nennen werde missfiecher ist das alles so tun jetzt kommen das ist doch das ist doch nur ein blog man hüpfte jetzt runter jetzt kommt mit alter verarscht mich nicht jetzt kommt bevor es nach wird so dass ich dich hier zurück dann lasse ich hier zurück jetzt kommt auch wieder an gescheiß hat jetzt hatte ich kann leck hätte ich meine scheiß hütchen armada hinter mir die aus zwei hühnern besteht deine armada ja jetzt kommt das dritte hühnchen auch wieder an gescheiß hat okay wo bist du da jetzt kommt doch mal nee das ist doch bloß ein blog wofür haben hühnerflügel wenn sie sie nicht benutzen ganz einfach um sinnlos rumzuholen ja das glaube ich jetzt kommt jetzt kommt jetzt bin ich einmal eine spinne und die wird mir ein fein da nicht wieder als neu wie kriegen wir die eier von den hühnern muss ja reingehen habe ich ja gedacht du sollst den gatter machen kürbiskuchen wollen wir erstmal nicht keine ahnung bringen bringen das sind wieder zwei hühner im wasser alter was ich mir echt noch wünschen würde wenn man aus der stadt hallo bei denen der näher von der stadt vertreten die müde an automaten hühner fahren sobald die aufnehmen wollen mit der fanta geladene und dann leck bei denen das leck bei denen das wäre die aufnehmen wollen okay warum nicht das dürfte hier machen ich möchte nicht in der stadt von den setzten verboten naja die ich und wenn ich mit dem tnt-katapult rüber schließe jegliches tnt ist ihr drecksviecher kommt jetzt alter leck nicht jegliches tnt weil ich werde auch heute mit dem bergwerk springen wo ich dann später inbauen will ich meine jegliches tnt jetzt schwimmt meine hühner ja ihr seid stark ihr seid stolz ihr seid jetzt kommt doch auch mal was wollte ich noch mal haben eine leine war das ne ja ja da wollen wir doch ein klein ja damit diese viecher nach hause transportieren kann ich höre im klein entweder über mir oder unter mir alter dieser regen wir setzen mir gerade so ein bisschen zu ich habe ihn jetzt noch umbringen was würde auch da ich habe zwei klein diese hühner diesen voll stolz und so ich habe einen kleinen alter nee nee wo bin ich denn hier ich hoffe ich bin dann richtig nein ich bin auf voll falschen stelle mann eisen habe ich schon mal sehr viel ey wo muss ich denn hin können wir mal einer seine koordinaten nennen ich kann die koordinaten von unserer stadt nennen ich habe einen wegpunkt ähm genau äh geil mann und 636 ich muss darüber mann scheiße kommt ihr viecher ja kann dieser regen mal aufhören regen lp regen lp ja dann lass ich halt einen hohen zurück man muss doch mal opfern den kanal gründe ich und dann mache ich da ähm weißt du es nochmal regen lp wie scheiße der regen in minecraft ist können die vier jetzt mal mitkommen ey was ist das ja super stell dich unter euren scheiß bäumen unter oder was jetzt kommt kommt jetzt ja ich sehe ich sehe heimat jahre die schlicht die sich scheiß hunde jetzt auf der stelle ein in der miede bei mir drinnen werden der bär da wo diese miene waren er hat man da ich könnte man so ich noch bedarf ja ich ja wir alle mit dem rauf ja ja der mann mit folgendem macht die ganze Zeit ein recording von YouTube ich gehe noch mal was will er die vierten Folge mit dieses dreckige Hüchen da müssen wir aber noch was vorbereiten und zwar hier müssen wir in die Höhle gehen und diese ganzen viel vor was da ist alles ausrottet und da mal wird der Heide von Becker der Chanty als erlernt und direkt vor Külpern und ich glaube ich habe nur drei Herzen wir sind höchstwahrscheinlich schon weg ach der Patriot der ist auch schon einmal gestorben ok dann gehe ich hoch bei mir wird nur angezeigt die Wünsche weil er ist drin er ist da nicht rein ohne Aufnahme ich bin noch nicht mal in Minecraft ach so wie du willst du dann weil ich jetzt auf dem Papage gleich mit aufgenommen ja warte mal bis wir fertig sind dann nehmen wir nochmal alles in den Mund ja boah das sind scheiß Viecher ey ich schneide ich schon mal die erste Folge ja wie lang geht denn die Folge schon? aber ich starte gleich Minecraft man wie lang geht denn die Folge schon? warte ich noch na ja die geht jetzt schon 19 Minuten ok dann werden wir es gleich wundervolle ein ja ok dann mache ich hier jetzt die Abmoderation ich will noch ganz kurz das Huhn nach Hause bringen ja gleich und dann mache ich bei der nächsten Folge auch die Anmoderation oder? ja alter ich habe nur 17 FPS eine Aufnahme ne jetzt habe ich ja das Spiel mit Shader oder ohne? mit ja ok dann ist ja auch in Ordnung hättest du ohne Shader ich habe mit Shader jetzt eigentlich fließend immer 40 FPS das reicht ja aber ich habe ja der Mensch mit dem Auge kann ja eh nur 30 FPS sehen ja ich habe ja nebenbei so ne Scheiße auf ja aber eigentlich läuft das eigentlich noch nicht ja dann ist eh dann warst du das Minecraft neu ne ja dann warst du von mir für diese Folge äh ich danke für das Interesse und äh viel Spaß bei der nächsten Folge und ja bis später fangt ihr schon mal an aufzunehmen ich komme ja gleich wieder und dann ist vielleicht auch meine Aufnahme dann auch von meiner Seite Leute schön dass ihr da gewesen seid und dass ihr euch das antut hier mit uns und wir sehen uns in einem nächsten Part tschö vor allem wenn wir haben dann ist einfach mal ein paar die Leute die Leute noch sind und dann sind auch die Leute die Leute die Leute die Leute Bis zum nächsten Mal.